Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Mikrofon richten. Yeah. Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Ja, wir waren jetzt hier bei Lexus. Beziehungsweise müssen wir jetzt zu Lexus und ihm den Motor geben, damit wir... ...verliegen können. Lexus, wir haben den Motor. Gut, wir haben die Pläne fertig. Marble, komm mal bitte her. Ja? Kannst du Exterio dann doch bringen? Klar, sofort. Okay. Wie lange wird es dauern, um Exterio umzubauen? Dank unserer großen Intelligenz wird es nicht allzu lange dauern. Hier ist es. Hoff an die Arbeit. Okay, äh, okay. Sie arbeiten echt hart, was? Ja, hoffentlich klappt es. Äh, hoffentlich machen sie nichts kaputt. Ja, wäre ganz geil. Junge. Fertig, wie wäre es mit einem Testfahrt? Oho. Nun kann Exterio noch fliegen, ein echtes Traumschiff. Vielen Dank. Falls ihr es kaputt macht, kann ich es wieder reparieren. Zeigt da aus, was ihr drauf habt. Dann passt gut auf euch auf. Na, versprochen. Drückt A-Knopf, wenn ihr fliegen wollt. Verstanden. Doki, was ist das für ein Geräusch? Na, ist Lufi erschwert? Nein, doch nicht. Klingt aber sehr ähnlich. Die Todesinsel schwebt über Kirwan. Äh. Warum ausgerechnet über Kirwan? Äh, was bereitet dir solche Sorgen? Kirwan ist eine Stadt, der, äh, auf der Insel Dasch. Man kommt nur sehr schwer hin. Kein Mensch weiß, wie es dort aussieht oder was für Menschen dort leben. Es gibt noch zwei weitere Inseln, Dasch. Die Insel Ischt und Inschel. Auf jeder der drei Inseln befindet sich ein Turm der Türme. Äh, die Türme sollen sehr gruselig sein. Warum hat die Todesführenden sind über Kirwan halt gemacht? Äh, diese Geräusche scheint von dem Turm auf dem, äh, auf der Insel Dasch zu kommen. Meine Güte. Äh, vielleicht hat die Todesinsel etwas damit zu tun. Die Wände um die Todesinsel verursachen einen Sturm. Turbulenzen Sturm um die Todesinsel? Ja, da sind unnatürlich Mächte am Werk. Das kann nur da sein. Er will jetzt nicht aufhalten. Ich glaube nicht, der Exterien stark genug sein wird, dass der Exterien stark genug sein wird. Ich kann heute nicht reden, Leute, tut mir leid. Wir müssen auf jeden Fall nach Kirwan. Wir können nicht hier rumsitzen und einfach abwarten. Dieses Geräusch beunruhigt mich da etwas. Ich ahne, Schlimmes. Du hast recht, wir müssen aufbüßen. Ja. Fliegen bitte. Oh, schon viel geiler. Schon viel, viel geiler. Ist das nicht cool? Jetzt können wir auch hier hin. Drachentempel. Sammelt acht Dracheneier, genau. Wir haben aber leider nicht acht Stück. Wo waren denn noch mal Dings? Din, din, din. Waren denn diese drei... ...Inseln? Ne, da auch nicht. Hier auch nicht. Da, nee, da auch nicht. Da, nein, auch nicht. Da oben. Ja! Oh, Mann. Ich kann nicht. Oh. Mein Stimme ist durch Lexus Stimme total am Arsch. Oh. Ist das eklig. Wir nähern uns übrigens langsam dem Ende. Von diesem Spiel. Wollt ihr schon beim Ältesten? Nein. Ich dachte, du bist der Älteste. Hm. Die stärksten Waffen. Mhm. Und so. Es tut mir leid. Ich sterbe. Ich sterbe vor Husten. Zirkon-Panzer. Scheiße, kostet das viel. Zirkon-Helm. Schild brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir brauchen keinen Helm. Also Doki jetzt persönlich nicht. Äh, Guy schon. Schild ist schlecht für Guy. Was macht das denn? Können wir nicht mehr kaufen. Shit. 417. Ich glaube, Helm brauchen wir nicht. Schild nicht. Und Waffe halt nicht für Doki. Wir kriegen nämlich noch schöne Items hier. Der Älteste dürfte hier wohnen. Denke ich jetzt mal. Wie heißt du, junger Mann? Mein Name ist Doki. Doki. Lisa, Marie, Clara. Kommt mal bitte her. Okay. Boah. Es tut mir echt leid. Was meint ihr? Fühlt ihr etwas? Ja, ich fühle eine starke Energie. Es scheint... Es scheint es zu sein. Er könnte die Siegel brechen. Ja, das denke ich auch. Äh, wovon redet ihr überhaupt? Höre meine Worte, Doki. Wir sind seit Generationen die Untertanen der Höllenfürsten. Sie gaben uns Waffen, Schilde und Helme, die wir in den Türmen aufbewahren. Es gibt drei Türme. Einen auf Dasch, einen auf Ischt und einen auf Inchil. Die Höllenfürsten versiegelten die Waffen in den Türmen. Nur der Auserwählte kann die Siegel brechen. Ich glaube, Daraus und seine Höllenfürsten wollen sich die Waffen holen. Äh, heißt das, die Waffen sind nicht mehr unter Verschluss? Nein, noch sind sie versiegelt. Äh, das ist doch kein Über... Ist doch ein Überwesen. Kann das Siegel nicht brechen? Um die Siegel zu brechen, braucht man etwas Besonderes. Äh, was denn? Diese Mädchen hier. Äh, was? Die Mädchen können Energiewellen auffangen und konzentrieren. Du meinst... Äh, du meinst die Energie. Ist der Schlüssel für die Siegel. Äh, genau. Das Geräusch. Hä? Doki, mein Name ist Lisa. Bring mich auf die Spitze des Turmes. Ich bin der erste Schlüssel. Es sieht aus, als würde er der alte Mann sagen, aber ich glaube, das sagt sie. Ich bin der erste Schlüssel. Ja, aber... Keine Angst, mir wird nichts geschehen. Ich besitze diese Gabe, um die Welt zu retten. Willst du gehen, Doki? Ja. Es ist an der Zeit. Let's go! Ich denke mal, wir müssen jetzt... Äh, auf den Turm von dieser Insel hier. Denke ich jetzt mal. Und hier kann man auch noch viel, viel finden. So. Sorry, Leute. Kurz zur Unterbrechung. Flo ist angekommen. Der Spatten. Ähm... Gehen wir mal... Ähm... Ähm... Zuerst mal hier rein. Nicht hier rein. Ja, hier rein. Hier rein. Hier rein. Deutsch, Deutsch ist wieder super heute am Start. Auf jeden Fall Die Swingse dürften kein Problem sein Nach einer Kopfnuss von Haru sowieso nicht Alter Vater Jungchen Es ist einfach, es ist so übertrieben Dieses Damage von Haru, das ist unglaublich Und wir bräuchten echt mal Wir brauchen langsam eine Frucht Ich glaube wir müssen das 8. Drachenei suchen Weil wir uns als Geschenk Jede Frucht oder alle Früchte Aussuchen dürfen Meine Stimme ist immer noch am Abkacken Ist das schlimm Eisring Powerring Gegen Eisring Die Bewegung steigt ziemlich dadurch Guy könnte den eigentlich 30 Abwehr weniger Ist schon eigentlich Nicht so geil Aber Guy kann das vertragen Er kriegt den Ring, der seine Bewegung erhöht Das braucht er auch unbedingt Definitiv Definitiv Sphinxer sind zu langweilig Dein Ernst, Haru, warum wärst du art? Wie kannst du es wagen? Wie kann dieses Sphinx wagen, sich zu heilen? Meine Fräse Kann doch ein Vorstein Aber wir können wieder ein paar Goldmünzen farmen Damit wir gleich Selan Arty und Guy weiter ausrichten Äh, ausrichten? Ja, ausrichten können Wir richten sie den Norden Was ist denn mit mir heute los, ey? Ähm Ausrüsten können Meine Güte Ey Reden muss gelernt sein Und das hab ich nie Gut Aber man kann nicht ganz gut leveln eigentlich Das ist schön Beziehungsweise Goldmünzen farben Zyklopen Och nee Nicht Mega Mega Zyklopen Mega Zyklopen Hat was? Äh 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 Fuck Alter Machen diese Fuckviecher Damage Was ist denn mit denen? Junge Gönnt euch halt Was ist denn mit euch? Äh Wähler bitte So Zack Junge Alter Ich will nie wieder gegen Mega Zyklopen kämpfen Nie wieder Wasserring, okay Äh Heilige Kacke Was macht der Wasserring denn? Nicht Nichts Gutes auf jeden Fall Wow Ich bin begeistert Der ist ja kompletter Bullshit Ich will nicht gegen Nein Überraschungsangriff Deine Mutter ist ein Überraschungsangriff Äh 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 Selan macht mal bitte stärker Wow Artie macht ganz schön viel Damage an die Viechern Heilige Kacke Ich hab jetzt nicht so viel Damage erwartet Oh Kopfnuss von Haru 700 fucking Damage Was hat Artie für ne Waffe? Rundegen Warum macht der Rundegen an so nem Drachen so viel Damage? Hä Zerwankern Haru Steinschlag Läuft Hm Sphinxe Yay Macht so viel Spaß gegen diese Viecher zu kämpfen Oh mein Gott Ist nicht so Spannend ne? Spannend 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 Äh Jetzt kommt schon Warum müsst ihr so viel Leben haben und so wenig Damage machen? Könnt ihr nicht viel Damage machen, aber wenig Leben haben Kommt aus gleiche hinaus Chance habt ihr trotzdem nicht gegen mich Ähm Ach den muss ich besiegen, okay Den muss ich besiegen Nosferatu Der ist definitiv besiegt Der auch Ich hoffe die Treppe bleibt da Ich würde nämlich gucken, ob wir hier noch draußen irgendwas machen können Nein Shit Okay Was mach ich denn? Oh was ist denn mit mir? Näh Ich will nicht gegen Sphinxe kämpfen Nein, ich will nicht Was ist denn mit euch? Ich hätte ja nicht runterspringen sollen Das war definitiv ein kleiner Fehler Nein, warte da, komm Zyklopen Ha Gut Äh Hier Oh verdammt Nein Nein Drache Ich will nicht Nein Sphinx Ich will nicht Okay, gut Die Treppe ist wahrscheinlich nicht mehr da, oder? Doch Oh, lol Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen Ähm Ich glaube wir sollten uns mal heilen Ich hätte Seeland vielleicht noch ein bisschen mehr heilen sollen Egal Seeland kann das ab Die hält doch so viel aus Ist doch okay Ähm Gehen wir mal hier rein Da führt eine Treppe nach unten Okay Zu Zyklopen Nein Nein Ich will nicht Okay Ähm Ich glaube das ist sogar der richtige Weg, oder? Ja Hier kommen wir auf jeden Fall dorthin Und da will ich noch nicht hin Es gibt ja sicherlich noch irgendwo eine Truhe, oder? Irgendwo Komm Irgendwo Nein Nicht Doch, hier drin sicherlich Ja Ein Donnerring Yeah Ähm Rüstung Powering Tauschen vielleicht Nein Ah Es wäre ganz geil für Gaia eigentlich, oder? Ja Gaia braucht Ja, Gaia nimmt den Donnerring Scheiß auf den Äh Die Bewegung Gaia braucht das nicht Gaia hat das Damage Den Damage Die Damage Das Damage Der Damage Keine Ahnung Aber ich glaube Wir Sind gleich Oben am Turm Und Wenn wir da sind Ähm Beende ich den Part erstmal Denn Danach kommt ein kleiner Fight Der Ähm Ein bisschen krasser wird Komm schon Sei besiegt Du lachte Drache Danke Eine Nachtfrucht Oh bitte, bitte Sag, dass Harro die braucht Bitte, bitte Bitte, bitte Bitte Nein Er braucht keine von den Früchten Manu Was gibt's denn noch? Donnerfrucht oder so? Keine Ahnung Wasserfrucht glaube ich Gibt's sogar noch Mäh Okay, Moment Wir müssen hier einmal jetzt Einmal vollheilen Genau Spielstand überschreiben Okay Okay Und hier beenden wir jetzt den Part Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bei Das Nächste mal wieder Haut Da rein Ehm No No Das Wir sehen uns bei Ehm »Handl«« »Handl«« »Handl««